Das Spiel versteht das mit der coolen Musik nicht ganz. Ich mach mal erst mal lauter auf meinem Ohr. Ich bin der traurige Holzfäder und ich fäll den Baum. Ja, man glaubt es kaum. Ich fäll hier jeden Baum. Ja, man glaubt es kaum. Oh mein Gott. Das müsst ihr euch jetzt anhören. Da habt ihr das Pech gehabt. Ich fäll hier die Bäume. Vielleicht baue ich mir draus Zäune. Oder ne ganze Scheune. Ich hab so viele Träume von diesem Baum. Du glaubst es kaum. Ähm, jetzt tun wir mal die ganze Sätze hier aufsammeln. Go, 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 go. So, jetzt will ich mal ganz kurz mal. Ich will mal dabei sein, jetzt gerade so ein bisschen rumzutesten hier. Warte, sind wir eigentlich mal nicht dabei rumzutesten. Würde ich gerne das mal als Aspac reinnehmen. Einmal zum Testen, wie es aussieht. Einfach mal zum Testen, wie es aussieht. Das habe ich nicht ganz geracht. Aber ich müsste das 3D-Pack doch über dem Sparks-Pack sein, oder? Liegt es an der Version. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Diese 3D-Effekte. Wow. Okay. Kann man den auch so? Das ist aber auch schön. Ich muss mal, glaube ich, die Junks, es tut mir sehr leid, äh. Kann ich schon. Ich muss mal die Junks ein bisschen runterschrauben. Ich weiß zwar nicht, warum das so krass ist. Maximal Grafikmodus schön aus, automatisch Wolken, Vollbild, Partikel. Keine Ahnung. Irgendwie ist heute durch die Webcam-Upnahme der Webcam-Upnahme der Webcam-Upnahme der Webcam-Upnahme. Ich teste das mal in einem anderen Spiel. Ich mache die Webcam für das mit rein. Ich habe jetzt echt keinen Bock drauf, dass ihr... Ja, siehst du hier und schon viel flüssiger. Okay, bei Minecraft keine Webcam-Upnahme. Es tut mir leid für euch, dass ihr jetzt 19 Minuten so ertragen musstet. Es tut mir wirklich leid, glaubt ihr. Kommt nicht wieder vor. Kommt nicht wieder vor. So. Yeah, so. Da und hier. Da machen wir noch was. Und dann gehen wir mal weiter in die Bäume. Ich dachte, wir fallen jetzt vielleicht ein paar mehr Sätze ab, aber irgendwie ist da nicht so viel. So. Ja, ich habe wie gesagt, ich wollte mir ein paar Mods runterladen, aber es hat jetzt nicht ganz geklappt. Ich habe mir überlegt, ich wollte mir den Default-Wald-Mod da runterladen, wo der Wald sich von alleine regeneriert und neu nachwächst. Und so, das fand ich ziemlich cool, den Mod. Den konnte man auch zur Geschwindigkeit selbst einstellen. Aber leider ging es natürlich nicht, weil für die Version 183 sind noch keine Mods vorhanden. Nee, toll. Ich guck mal, was ich da machen kann in den nächsten Tagen. So. Ich weiß gar nicht, was bei 183 jetzt gefixt wurde. Oder es ist bestimmt wieder ein Fix-Update. Kann ich mir anders jetzt gar nicht vorstellen. Dass da noch ein anderes hinterher geholt wurde, kann ich mir schlecht vorstellen gerade. Möcht es aber auch nicht verneinen. Wenn du das weißt, dann schreibst du meine Kommentare. So. Dann hier noch. Da hinten sehe ich schon wieder die erste Setzlinge, die da rumfluseln. So. Und da. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier hinten stürzt eh kein Moment, weil wir hier ein bisschen was abernten. Und tagsüber können wir dann... Habe ich eigentlich noch ein bisschen Erde dabei? Ich habe einen Grasblock noch dabei und ich habe Erde. Nachtsüber können wir dann hier vielleicht ein bisschen kämpfen. Jetzt sind wir momentan wirklich wenig am Bauen. Das liegt aber daran, dass wir natürlich momentan so ein bisschen die... Das Bauen vorbereiten muss, kann man sagen. Wir tun momentan viel... Ich muss mal hier diese ganzen komischen... Ich habe hier drei Tonnen Werkzeuge irgendwie. Wir tun... Wir haben jetzt... Wir haben jetzt Diamanten und so ein Scheiß gesammelt ohne Ende. Na, scheiß war es nicht. Und so ein Zeug gesammelt ohne Ende, damit wir da wohl genug haben. Jetzt sammeln wir gerade Level für die Waffen und Äxte und so, dass wir uns das alles nachmachen können. Dann sammeln wir Holz fürs Bauen. Also wenn wir hier fertig sind mit den ganzen Gesammeln, dann wird es hier richtig abgehen. So, das ist auch weg. Ansonsten hatte ich gerade noch... Ja, hatte ich überlegt, ob ich mir vielleicht noch so ein... More Wappens... Wappensmord reinhaue oder sowas. Irgendwas, was ein bisschen lustig ist, aber nicht allzu sehr das Spiel verändert. War geplant. So, hier nehme ich mir mal ein bisschen Sand mit, den kann man immer gebrauchen. Das ist ja vielleicht ein bisschen Lehm. Ne, Lehm ist hier keiner, gell? So, das eigentlich mal zufragen hier. So. Und Sand, 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 Sand. Geht die komische Erde mal weg, damit es ja nicht so komisch aussieht, wenn ich das hier gleich wieder zubaue. Ich weiß, ich könnte das runtergraben, aber wir haben auch einen Sandstrand. Also so ist es ja nicht. So, da wird es auch schon wieder Tag. Äh, Nacht meine ich. Dann können wir gleich anfangen mit Kämpfen hier. Kommen wir ein bisschen Zeug ansammeln, was wir gerade abgehandelt haben hier alles. Uh, klack und klack. Hups und hups. Was haben wir denn da? Ach, da ist ein Zombie. Aber ich feiere die Skelette bei Honeyball so, deswegen, vielleicht hol ich mir die Skelette-Tekstrukturen mal rüber. Ich feiere die Honeyball-Skelette, das finde ich mega geil. Hey, du Kuh. Ich dachte natürlich gerade jedes einzelne Tier, aber in der Hoffnung, dass vielleicht doch ein paar Hasen sparen, aber ich glaube es ja weniger. Und ich verstehe immer noch nicht, warum es nachts so hell ist. Das will nicht in meinen Kopf freuen. So. Ach, hier sind wir. Okay. Äh, ich sitze hier was gesagt. Das ist ja was gespawnt. Huh, ist ja was gespawnt. Nicht? Dann baue ich ja weiter ab. Ist mir auch egal. Wenn ich spawne, baue ich ja mal weiter ab. Bis was spawnt. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst haben müsste, dass hinter mir irgendwas kommt. Oder so. Von daher. Wenn mich jetzt hier weggesprengt wäre, ist mir auch egal. Das ist mir ein Scherz gelaufen. Das kann ich bezeugen. Das hat so einen ganz komischen Ausfallschritt gemacht. Das habe ich nicht mehr mit gerechnet. Äh, wegschmeißen kann ich mal die Holzfalltür. Das ist sinnlos, das Ding. guys. Warum spawnt ich hier nicht? Optionen? Normal? Skin-Anpassung. Oso, das haben wir ja schon gehabt? Musik und Geräusche. Atmosphäre-Spieler Hallo Warum spawnt hier denn nichts? Muss ich das verstehen? Wuhuuu Zombies Wo seid ihr hin? Oh Kenne ich die Schlucht? Ich glaube er fast nicht Aber rein theoretisch müsste ich hier lang um nach Hause zu kommen wenn mich jetzt nicht alles täuscht Kann mich aber auch alles täuschen also so ist es nicht Lalalala Wir führern uns nicht das kommen Da 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 Oh ein Greeper Na gut von mir aus Ich hab mich schon gewundert wo der ist Ja Ja Gib doch einfach zu dass du einen kleinen hast Einen kleinen Bogen natürlich Äh Ah ok hier sind wir Jetzt weiß ich wieder wo wir sind Wieso spawnt hier so wenig verstehe ich nicht Da hinten sind drei Creeper aber ansonsten Aber ansonsten Ist sie echt tote Hose Also Uhlala Ist ja gar nicht so einfach Ja der Skelett dahinten nur durch mit sich das ist mir für zwei weg Ähm Ja gut wir sind in Level 15 Das ist jetzt alles andere als befriedigend Befriedigend ja befriedigend Witzig Ok Hab ich denn schon welche Hab ich schon Nehm ich den mal mit hier Heute nennt man mich Martin Luther King Hab ich schon mal gehabt heute Ich weiß auch nicht mal ob ich den Witz doppelt Ach weil ich einfach schlecht bin genau Schlechte Flachwitze Uhhh Uhlala Na gut Mit dem Schwarzpulver können wir uns da wirklich mal ein bisschen TNT machen und das vielleicht auch mal einsetzen Ich weiß aber nicht für was man Schwarzpulver einsetzen soll Weil das natürlich auch viel kaputt machen kann Äh ich meine TNT meine ich Weil das natürlich auch viel viel kaputt machen kann Vielleicht zum Sprengen von irgendwas größerem Aber ansonsten Ist Schwarzpulver eher unbeliebt bei mir Weil wie gesagt Ist zerstört viele Rohstoffe Habe ich da Rolkstoß drauf oder sowas? Nö Die fliegen aber nur gerne die Leute Sind gern Flieger Zombies So Ich würde hier gerne hoch Ja 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 Ich weiß Geltungsbedürfnisse Ja ja du auch Weißt du Wenn du schon siehst dass es dein Kollegen bleibt machen dann solltest du dir also überlegen Ach schaffe ich doch überhaupt gegen den? Warum greift heute nichts an? Ist heute Vollmond? Was denn? Wo denn? Wie denn? Spinne? Ich bin hinter dir ja Ja gut Sie hat es gemerkt Ich musste sie kurz darauf hinweisen Aber dann hat sie sich gedacht Ah ok gut Ich bin eine Spinne mit sehr scharfen Sinnen Er steht hinter mir Aha So Das ist aber nicht nett hier Ah nein Der hat mich schön um den Baum herum gewittert Das ist ein Profi Jawoll Jetzt geht es dir mal richtig ab mit den Zombies endlich Genau sowas habe ich gesucht Zombies? ZOMBI Ja 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 immer Alles schön Ach hier jetzt bin ich wieder hier Aber zeitlich was ist denn das heute? Ähm Zombie Hallo Na du Vielleicht du bist ein Schnuckeliger und du hast So das haben wir schon Level 18 Wenn die jetzt noch auf Level 20 kommen würde Aber das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr Vielleicht finde ich noch ein vereinzelter Skelette Oder sowas Oder Creeper Aber ansonsten Wird halt mit Level 20 wohl nichts mehr Da Ist denn noch eine Schaf Wir reden ab Rabisch weil die Musik so Klingt 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 Klingt